Aber auch im Infrastrukturbereich ist einiges noch nicht ganz ausgegoren. Hören Sie unsere Ministerin Buritz, bitte. Es gibt drei Faktoren, die ganz entscheidend sind für die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und das ist Bildung und Infrastruktur. Wir haben in diesen Bildbericht einen kleinen Fehler eingebaut, meine Damen und Herren. Vielleicht kommen Sie drauf. Nochmal aufpassen. Es gibt drei Faktoren, die ganz entscheidend sind für die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und das ist Bildung und Infrastruktur. Hirn vielleicht? Ja, ist egal. Egal.